Bevor you love me, 32 Korns, 4 Richtungen. Keine Brücken, keine Restarts, aber ein kleines Finale. Wir haben mit rechts einen Schritt nach rechts, links dazu, einen Wechselschritt nach rechts und eine Viertelrechtsdrehung, Wechselschritt, eine Dreiviertelrechtsdrehung, schaue ich wieder auf 12 Uhr, mit links beginnen, Schritt, Dreiviertel und mit links nach links ein Wechselschritt. Wiederhole es, 7, 8, Schritt dazu, Wechselschritt, Viertel, Schritt, Dreiviertel, Wechselschritt nach links. Noch einmal gezählt, 7, 8, 1, 2, 3, und 4, 5, 6, 7, und 8. Der Wicht ist am linken Fuß. Wir kreuzen mit rechts nach hinten, wir steigen mit links nach links, wir kreuzen rechts vorne und holen den linken Fuß mit einem Halbkreis nach vorne, öffnen ein Viertel nach links, wir steigen rechts nach rechts und eine Wechselschritt, Vierteldrehung mit links. noch einmal, 7, 8, hinten, daneben, vorne, im Halbkreis links nach vor holen, kreuzen, ein Viertel links, der Rechtsschritt, und mit links weiter eine Viertel linksdrehung mit Wechselschritt. Die letzten acht Achte gezählt, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und 8. Von Anfang an bis daher, 7, 8, 1, 2, 3, und 4, 5, 6, 7, und 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und 8. Gewicht ist am linken Fuß. Jetzt kommt mit rechts vor linken Fuß gekreuzt eine Wiege, wir kreuzen, entlasten links, belasten links. Mit rechts nach rechts eine Wiege, entlasten links, belasten links, und noch einmal gekreuzt, rechts, rechts, vor links, entlasten, und belasten. Eine Viertelrechtsdrehung, eine halbe Rechtsdrehung, Gewicht ist am linken Fuß. noch einmal wiederholen, die letzten acht Akte, 7, 8, Cross Rock, Side Rock, Cross Rock, Viertel, halbe, gerichtet links. Und Anfang an, 7, 8, Set, dazu, Wechselschritt, Viertel, Schritt, 3 Viertel, Wechselschritt, hinten, Seite, vorne, Sweep, Kreuz, Viertel, Cha Cha Viertel, Cross Rock, Side Rock, Cross Rock, Viertel, Halbe. Die letzten acht Akte sind mit rechts einen Schritt nach rechts, Pause. Es wird leicht gesprungen nach rechts und links dazu getippt. Und über die linke Schulter, ihr könnt eine gedrehte Linie machen, eine ganze. Links, rechts, links, tipp. Oder, wenn euch das schon zu viele Drehungen waren, eine normale Linie. Links, hinten kreuzen, links, tipp. Wiederholen noch einmal die letzten acht Akte, 7, 8, Schritt, Pause und Schritt, tipp. Und drehen über die linke Schulter. Richtig ist am Schluss tippen, Gewicht ist am linken Kuss, weil wir mit Schritt dazu Wechselschritt wieder weiter tanzen. Der ganze Tanz, 7, 8, Schritt dazu Viertel, Cha Cha, Schritt, 3 Viertel, Wechselschritt, hinten, Seite, vorne, Sweep, Kreuz, Viertel, Cha Cha Viertel, Cross Rock. Side Rock, Cross Rock, Viertel, Halbe, Schritt, Pause und Schritt, tipp und rolling one nach links, tipp. . . .